Hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich möchte Sie herzlich begrüßen bei unserem Webinar Wie funktioniert die Baumartenampel? Mein Name ist Anna-Maria Walli, ich bin verantwortlich für das Projekt Plattform Klimafitter Wald vom Bundesforschungszentrum für Wald. Wir werden das heute so machen, es gibt zuerst Vorträge, das dauert ungefähr eine halbe Stunde. Corona-bedingt sind wir alle nicht in einem Raum, jeder ist in seinem eigenen Büro, das heißt es wird hoffentlich funktionieren, also ich hoffe es wird keine technischen Schwierigkeiten geben, wir haben ein super Team im Hintergrund, es wird uns dabei helfen, dass wir hier ohne technische Schwierigkeiten durchkommen und nach den Vorträgen gibt es eine Fragerunde. Vorher möchte ich noch einen Veranstaltungshinweis oder Veranstaltungshinweise vorlesen und zwar mit Veranstaltungen zum Thema Klimafitter Wald sind wir am 30. März im Berndorf bei Salzburg, das ist eine Abendveranstaltung und am 6. April ebenfalls am Abend in Gföhl. Es sind dann auch noch weitere Veranstaltungen in naher Zukunft geplant in Thamsweg am 5.04. und in St. Veit an der Glan am 5.05. Diese Veranstaltungen finden Sie bei uns auf der BfW-Website unter dem Menüpunkt Veranstaltungen. Gut, wer wird uns heute fachlich begleiten? Das sind zum einen Silvio Schüler, er ist der Leiter des Instituts für Waldwachstum, Waldbau und Genetik und er wird über die Hintergründe der Baumartenampel sprechen und wie sie das mit den Modellierungen gemacht haben, wird ca. 15 Minuten dauern und der Gerald Steindleger ist der Projektpartner am BfW und schon lange unser Projektpartner auch im Projekt eben Plattform Klimafitter Wald. Er ist sehr viel draußen im Gelände unterwegs und wird uns über die Praktischen und die Praxis der Baumartenampel berichten. Das dauert dann auch ungefähr 10 Minuten, 15 Minuten, also in etwa eine halbe Stunde Theorieblock. Nach dem Theorieblock würden wir sehr gerne Ihre Fragen beantworten. Sie haben dazu die Möglichkeit, Ihre Fragen in den Chat zu schreiben und falls Sie umfangreichere Fragen haben, die sehr ins Detail gehen, die wahrscheinlich schwierig jetzt hier in dieser Stunde zu beantworten sind, dann bitte ich Sie, schreiben Sie zu Ihrer Frage eine Kontakt-E-Mail-Adresse dazu, dann können wir Sie nachher persönlich kontaktieren bzw. wenn Sie später noch Fragen haben sollten oder eine umfangreichere Frage per E-Mail schicken wollen. Meine E-Mail-Adresse ist anna.walli.at. Diese wird später auch noch am Schluss am Endbildschirm eingeblendet bzw. finden Sie diese auch auf der Website von BfW und Sie können mir Ihre Fragen gerne zukommen lassen und ich leute Sie weiter und wir werden diese beantworten. Des Weiteren finden Sie auch Antworten auf Ihre Fragen auf unserer Website www.klimafitterwald.at unter Fragen und Antworten. Wir werden auch einige Fragen, die heute hier auftauchen, dann in diese FAQs hineinstellen. Gut, genau, die Baumartenampel, worum geht es eigentlich heute? Also unser Produkt, die Baumartenampel, kennen Sie wahrscheinlich schon hoffentlich. Falls nicht, es gibt auch noch die Möglichkeit, diese kostenfrei bei uns zu beziehen. Wer eine möchte, bitte auch eine E-Mail an mich schicken oder klimafitterwald.at. Wir versenden diese in ganz Österreich. Es wäre auch eine Möglichkeit, dass Sie auf klimafitterwald.at ein PDF herunterladen bzw. vielleicht wollen Sie das auch online ausprobieren. Also wir haben ein Online-Tool auf klimafitterwald.at unter Baumarten können Sie für Ihren Wald die empfohlenen Baumarten auch online anschauen. Es gibt dann auch die Möglichkeit, das Infopaket des BfW zu bestellen. Dabei sind enthalten die BfW Praxisinfo, also die nächste Praxisinfo, da dreht sich alles um die Kiefer. Es ist auch das Magazin Lichtung enthalten und noch weitere Sachen. Also wenn Sie gerne ein Infopaket bestellen wollen, können Sie einfach auch an mich direkt schreiben oder einen Link zu unserer Bibliothek finden Sie ebenfalls auf bfw.at, also auf unserer Website. So gut, ich glaube, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, also Fragen einfach nachher oder während den Vorträgen in den Chat stellen. Meine Kolleginnen im Hintergrund sammeln diese Fragen und ich werde sie dann unseren Experten stellen. Dann fangen wir gleich mit mit den ersten Vortrag an. Silvio Schüler, bitte Wort an dich. Guten Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, Sie können mich jetzt alle hören und ich freue mich, dass so viele Teilnehmer auch da sind. Ich begrüße Sie noch mal zu der Veranstaltung. Ich versuche, ich werde jetzt meinen Bildschirm teilen. So. Regie, passt das jetzt alles von dem Vortrag? Dann fange ich an. Ja, ich möchte ganz kurz vorstellen, was die Baumartenampel ist, was die technischen Hintergründe, die unserer Baumartenampel sind und wie bildlich gesprochen die Baumartenampel zu ihren Farben kommt. Vielleicht am Anfang noch ein ganz kurzer Blick in die Vergangenheit. Warum beschäftigen wir uns mit der mit einer Baumartenampel? Warum, sag mal, geben wir Empfehlungen für Baumarten ab, die wir in der Vergangenheit nicht in dieser Art gegeben haben? Wie sieht das mit dem Klimawandel aus? Und dann kurze Übersicht über die Klimahüllen, über die Modelle, die im Hintergrund der Baumartenampel stehen und so ein bisschen die Entwicklung, die wir derzeit machen, auch wissenschaftlich und wie sich das in der Zukunft weiterentwickelt. Klimawandel ist in aller Munde und wir haben in den letzten Jahren auch ganz massiv in der Gesellschaft, aber vor allem auch in der Forstwirtschaft erlebt, welche Auswirkungen der Klimawandel heute schon auf unsere Waldbewirtschaft hat. Ich möchte jetzt noch ganz am Anfang noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen, was das Hauptproblem ist. Das Hauptproblem sind die Treibhausgase in unserer Atmosphäre. Das wichtigste, zahlenmäßig wichtigste Treibhausgas davon ist das Kohlendioxid. Und hier gibt es Messungen und Erhebungen, wissenschaftliche Erhebungen aus der Vergangenheit, die uns sehr, sehr gut zeigen, wie sich die CO2-Konzentration in der Luft entwickelt hat. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die älteste Messstation für Kohlendioxid. Die steht in Hawaii auf einem Vulkan, dem Mauna Loa, auf 3400 Meter Seehöhe. Dort hat man in den 1960er Jahren zum ersten Mal eine solche Messstation installiert. Und was wir sehen ist, dass sich allein in diesen letzten 70 Jahren die CO2-Konzentration, wie stark die gestiegen ist. Damals waren wir unter und ungefähr in der Größe von 300 Parts per Million, Teile pro Millionen, pro Millionen, oder man könnte das sagen 0,03 Prozent in der Atmosphäre. Und in der Zwischenzeit ist diese Kurve gestiegen auf 0,042, also über 340 oder über 420 Parts per Million. Also Sie sehen, hier haben wir eine durchgehende Messreihe, die ganz klar belegt, wie das sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und wenn man zu diesen Messwerten dann auch noch unsere Informationen dazu nimmt, die wir aus Eisbohrkernen und aus geologischen Formationen haben, da kann man natürlich die CO2-Konzentration über mehrere Millionen Jahre sogar zurückverfolgen. Ich möchte hier nur mal ein Beispiel bringen. Das ist hier eine Kurve, die die CO2-Konzentration in der Atmosphäre in den letzten 800.000 Jahren beschreibt. Und rekonstruiert hat. Und hier sehen wir, dass eigentlich in der Vergangenheit, in den letzten 800.000 Jahren immer, die CO2-Konzentration unter dem Wert von 300 geblieben ist. Und eigentlich erst hier in den letzten 50 Jahren, wir sehen also hier waren wir immer nur in dieser Linie von 300, und erst in den letzten 50 Jahren, 70 Jahren hat sich diese CO2-Konzentration in der Atmosphäre extrem erhöht. Es gibt sogar Kurven, die gehen noch zurück, die gehen über mehrere zehn Millionen Jahre zurück und die zagen mehr oder weniger dasselbe an. Also hier hat die Menschheit durch die Verbrennung von fossilen Rohstoffen natürlich eine ganz neue Dynamik erlebt. Wie sieht das für Österreich aus? Das BfW arbeitet mit Klimaforschern in ganz Österreich zusammen, unter anderem auch am Bericht, am EPCC-Bericht, wo regelmäßig immer wieder der Stand der Wissenschaft im Hinblick auf den Klimawandel zusammengefasst wird. Und was wir ganz sicher wissen, dass sich in Österreich die Jahrestemperatur seit 1880 schon um circa zwei Grad erhöht hat. Und wir einer weiteren Erhöhung von zwei bis vier Grad entgegenblicken bis zum Ende des Jahrhunderts. Also das sind die Klimaveränderungen, die wir heute schon sehen, sind das eine. Aber wir sehen, dass selbst wenn wir heute jetzt unmittelbare Anpassungsmaßnahmen durchführen, wenn es uns gelingen würde, in wenigen Jahren auf die fossilen Energieträger zu verzichten, dann ist das CO2 in der Atmosphäre, das wir heute schon bis heute hinausgeblasen haben, trotzdem so lange noch in der Atmosphäre, dass diese Klimawandel, dass die Klimaveränderungen auf jeden Fall stattfinden und damit auch unsere Waldökosysteme beeinflussen. Das heißt, eine Anpassung ist auf jeden Fall notwendig. Vielleicht noch ein letzter Blick in die etwas längere Vergangenheit. Hier muss man sich vielleicht ein bisschen hineinschauen. Das ist eine ähnliche Karte, die hier aber das Klima, die Temperaturveränderung, Abweichung von einer Linie, die wir sozusagen in den letzten mehreren tausend Jahren hatten. Es bezieht sich hier also diese Veränderung, die wir hier sehen, von der Temperatur. Die Globaltemperatur bezieht sich auf diesen Zeitraum. Das war das mittlere Holozenen und hauptsächlich die Zeit, bevor die Menschheit angefangen hat, Kohle zu verbrennen. Hier hatten wir ein relativ stabiles Klima. Wenn man jetzt ganz, ganz weit in die Vergangenheit zurückgeht, bis zu 60 Millionen Jahre, dann sehen wir, dass die Globaltemperatur in der Vergangenheit deutlich wärmer war. Also vor 60, 40 bis 60 Millionen Jahren war es deutlich wärmer. Aber über viele Millionen Jahre hat sich die Atmosphäre langsam abgekühlt. Dann in den letzten paar Millionen Jahren hatten wir dann die Eiszeiten, die zu den regelmäßigen Temperaturschwankungen geführt hatten. Und dann hatten wir hier einige Jahrzehnte, einige tausend Jahre ein relativ stabiles Klima. Und nachdem wir dann angefangen haben, in der Industrialisierung Kohle und Erdöl zu verbrennen, befinden wir uns jetzt wieder auf einem Pfad der Temperaturerhöhung. Und diese Temperaturerhöhung kann uns in alle möglichen Richtungen bringen. Im Idealfall haben wir zum Ende des Jahrhunderts und in den nächsten mehreren hundert Jahren ein Klima, wie wir es zum letzten Mal auf der Erde gesehen haben, vor ungefähr drei bis fünf Millionen Jahren. Also das ist diese graue Linie hier. Wenn wir diesen Klimapfad erreichen und es schaffen wir jetzt sehr, sehr schnell, unsere Treibhausgase zu reduzieren, dann schaffen wir das auf dieser, sozusagen ein Klima zu haben wie vor drei bis fünf Millionen Jahren. Wenn uns das nicht gelingt und leider befinden wir uns im Moment eher noch auf diesem roten Pfad, dann kann es sein, dass wir in hundert Jahren und in den nächsten mehreren hundert Jahren ein Klima haben, wie es die Erde zum letzten Mal vor 20 Millionen Jahren erlebt hat. Also das ist eine gewaltige Klimaveränderung. Und da müssen wir davon ausgehen, dass auch die Auswirkungen auf die Wälder und auf die Natur natürlich sehr, sehr groß sein werden. Warum sage ich das? Warum gehe ich so weit zurück? Weil wir uns natürlich auch überlegen müssen, können sich unsere Wälder anpassen? Können sich die Baumarten anpassen? Und das ist jetzt ganz interessant, wenn man sich schaut, was ist eigentlich in den letzten 50 Millionen Jahren passiert? Wie haben sich dann in der Vergangenheit schon unsere Wälder durch diese Temperaturniedrigung verändert? Jetzt können wir nicht so weit zurückschauen, weil keiner von uns aufgezeichnet hat, wie die Wälder vor 50 Millionen Jahren ausgesehen haben. Aber es gibt natürlich fossile Erhebungen. Welche Baumarten beziehungsweise welche Baumgattungen sind in der Vergangenheit vorgekommen? Und da gab es in der ganzen Welt sehr, sehr viel mehr Baumarten, wenn man in diese weitere Vergangenheit zurückschaut. Und insbesondere in Europa gibt es fossile Aufzeichnungen aus Pollen und Holzfunden, die darauf hindeuten, dass Europa eine sehr, sehr reiche Baumartenflora besessen hat. Es gibt Schätzungen, dass da bis zu 130 verschiedene Baumgattungen in Europa vorgekommen sind. Viele von denen, die wir heute nicht mehr kennen. Und viele dieser Baumgattungen sind über diese Millionen Jahre langer Abkühlung und durch die Eiszeiten in Europa ausgestorben und stehen uns heute nicht mehr zur Verfügung. Wenn wir uns da gegen die heutige Baumartenausstattung und die heutige Anzahl an Baumgattungen anschauen, die überlebt haben, dann sehen wir, dass in Europa von diesen 130 Baumgartungen, nur 38, also 29 Prozent, überlebt haben. Das heißt, wir haben relativ wenige Baumarten und Baumgartungen, mit denen wir heute arbeiten können. Während zum Beispiel in Nordamerika oder in Asien auch heute noch auf einer ähnlichen geografischen Breite wie bei uns trotzdem noch sehr, sehr viele Baumarten und Baumgartungen verfügbar sind. Also zum Beispiel insbesondere in Nord- und Ostasien gibt es sehr, sehr viele Baumarten. Und das ist natürlich auch eine Option, eine bessere Anpassungsoption, als wenn wir sagen, wir starten mit sehr, sehr wenigen Baumarten, die bei uns überlebt haben. Das nur mal um den Blick zu weiten für das, was unser menschliches Handeln, unsere Veränderungen der Atmosphäre langfristig vielleicht bedeuten kann für die Baumarten und unsere Wälder. Klimawandel, vielleicht noch ein letzter Blick, wie wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass der Klimawandel Österreichs Wälder eben schon sehr stark erreicht hat. Ja, also das Thema Fichte und der Borkenkäfer, der im Waldviertel, im Mühlviertel, aber auch in anderen Regionen nach und nach sozusagen immer stärker zugeschlagen hat, ist wahr und ist in aller Munde. Man hat große Probleme gesorgt und ist immer noch eine große Fragestellung für die Waldbesitzer. Was sollen sie da pflanzen? Aber es ist nicht nur die Fichte, es ist zum Beispiel auch die heimische Schwarzkiefer, eine sehr wichtige Baumart, die in Österreich auch die Eiszeit überdauert hat und die jetzt mit neuen Krankheiten zu kämpfen hat. Ein Krankheitserreger, der schon immer da war, aber durch den Klimawandel scheinbar stärker ausgeprägt ist und zu Schäden führt. Wir sehen aber auch an der Buche zunehmend Trockenschäden. Große, alte, vitale Buchenbestände sozusagen werden in den tieferen Lagen insbesondere, sehen wir immer wieder Absterbeerscheinungen durch großen, die sterben langsam in der Krone ab und müssen dann sozusagen entfernt werden. Und ein Thema, was nicht nur den Klimawandel betrifft, aber auch unsere Globalisierung betrifft, ist zum Beispiel auch die Escher, eine wichtige Laubbaumart in Österreich. Es ist eigentlich die zweitwichtigste Laubbaumart, die jetzt durch eine neue Krankheit in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und auch die Verfügbarkeit von geeigneten Baumarten im Klimawandel weiter einschränkt. Also auch das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Es ist nicht der Klimawandel allein, sondern es ist die Interaktion zwischen Globalisierung und Klimawandel, die uns vor die Herausforderungen stellt. Jetzt möchte ich mal einsteigen nochmal mit der Fichte. Wie war die Situation der Vergangenheit? Es wird heute sehr viel diskutiert. War das falsch, so stark auf die Fichte zu setzen? Lag das daran, dass wir dann sozusagen eher die in Reihenbeständen gesetzt haben und sie außerhalb ihrer natürlichen Vorkommensgebiete gesetzt haben? Da kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben mit den Klimahüllenmodellen, mit denen wir arbeiten, mal modelliert, wie die potenziellen Fichtenanbaugebiete in der Vergangenheit ausgesehen haben und wie die sich in der Zukunft verändern. Und wenn man dann das Klima der Vergangenheit hernimmt, also die letzten drei Jahrzehnte im 20. Jahrhundert, dann sehen wir, dass die Fichte aus rein klimatischer, nicht unbedingt aus standardfindlicher Sicht, aber aus klimatischer Sicht, doch in großen Teilen Mitteleuropas gut geeignet war, aus klimatischer Sicht wieder. Und dass diese klimatische Eignung aber im Klimawandel ganz, ganz stark zurückgeht, je nachdem, welches Klimawandel-Szenario man annimmt. Also bei plus zwei Grad haben wir immer noch ein bisschen was in den Mittelgebirgen und wir haben im Alpenraum noch einiges an Fichte stehen. Wenn wir auf einen Klimawandel von plus vier Grad zusteuern, dann haben wir eigentlich nur noch nennenswerte Fichtenbestände im Alperpinenbereich und insbesondere nur noch in den Hochlagen der Mittelgebirge, die übrig bleiben. Das Ganze ist aus rein wissenschaftlicher Sicht auch nicht ganz neu. Das hier ist eine Untersuchung mit Klimahüllenmodellen, die wir in einem internationalen Projekt, im Interreg-Projekt Sastry, mit Partnern in Mitteleuropa gemeinsam erarbeitet haben. Aber so ähnliche Modellierung gibt es schon etwas länger. Die erste Publikation, die ich dazu gefunden habe, die stammt aus dem Jahr 1996. Da haben sich Vegetationskundler auch schon mit dieser Frage beschäftigt, haben dann ganz, ganz einfache Modelle angewendet und sind auch schon 1996 so ein bisschen genau zu demselben Ergebnis gekommen. Also hier war das Dunkle eben das Vorkommen der Fichte und dann haben sie das auch schon modelliert und dargestellt und kommen zu ähnlichen Ergebnissen. Nur diese auf einer sehr hohen wissenschaftlichen Ebene dargestellten Modelle haben es damals noch nicht den Eingang in die Praxis gefunden, sondern waren so eher mal die Aussicht, wie, was könnte sein. Und in der Zwischenzeit ist natürlich der Menschheit nicht gelungen, ihren Klimawandelpfad zu verändern, sondern wir befinden uns weiterhin auf dem Pfad der Erwärmung und müssen davon ausgehen, dass diese Szenarien tatsächlich real werden. Das betrifft natürlich nicht nur die Fichte, sondern es gibt mittlerweile zahlreiche Untersuchungen, die sich auch damit beschäftigen, wie das andere Baumarten betrifft. Und ich glaube, viele von Ihnen kennen diese Darstellung, die die Kollegen aus Deutschland in der größeren internationalen Publikation vor einigen Jahren erzeugt haben, wo sie für die wichtigsten Baumarten, Buche, Fichte, Kiefer, einfach sehr so gut zeigen können, dass die Fläche, die Eignung auf Waldflächen in Europa für diese drei Baumarten deutlich zurückgehen wird. Mischbaumarten werden ungefähr gleich bleiben. Die Gewinner des Klimawandels in Gesamteuropa werden die Eichen sein. In unserem Bereich vor allem die Stiel- und Traumache. Eiche in etwas südlicherem Bereich eher die Zerre, Pflaumen- und Korkeiche, also die mediterranen und sehr wärmeliebenden Eichen, die eine sehr, sehr viel größere Bedeutung haben werden. Damit komme ich jetzt aber noch mal genau zu einer etwas genaueren Erläuterung der Klimahüllen. Und ich möchte Ihnen hier kurz einen Ausschnitt eines Videos vorspielen, das wir vor einigen Jahren gemeinsam mit, sozusagen im Auftrag des Ministeriums erarbeitet haben, in einem DVD-Projekt. Und ich möchte hier kurz den Ausschnitt zeigen, wie diese Klimahüllen auch technisch funktionieren. Und ich hoffe jetzt, dass Sie das sehen und auch hören. Mit sogenannten Klimahüllen lassen sich die optimalen Lebensbedingungen grafisch darstellen. Es funktioniert, danke. Dazu bestimmt man an verschiedenen Standorten, zum Beispiel die Jahresdurchschnittstemperatur, und trägt diese auf einer Achse des Diagramms auf. Der Wert der Jahresniederschlagsmenge zum Beispiel, wird auf der zweiten Achse aufgetragen. Aus der Verteilung der Messpunkte ergibt sich eine einfache Klimahülle, die zeigt, unter welchen Bedingungen diese Baumart wachsen kann. Eine Vielzahl weiterer Faktoren, wie zum Beispiel Bodentyp, Bestandesdichte, Bestandesalter, aber auch verfügbare Bodenfeuchte, können auf weiteren Achsen aufgetragen werden und definieren den Lebensraum noch genauer. Wenn zum Beispiel die Bodenfeuchte abnimmt, dann zeigt die Klimahülle, dass es Standorte gibt, wo diese Baumart Probleme bekommen kann. Dabei ist einer der wichtigsten Faktoren der Wasserhaushalt der Bäume. Ja, das war eine kurze technische Einführung zu dem Thema. Wer sich noch etwas näher dafür interessiert, hier gibt es, wir haben in den letzten Jahren mit einem Partner, mit der Firma Telemotion, diese Videos, oder wir haben die Firma Telemotion dabei unterstützt, diese Videos zu erzeugen. Und man kann die im Internet finden, entweder unter diesem YouTube-Link, den können wir dann vielleicht später noch im Chat einblenden. Oder Sie googeln einfach genial Wald im Klimawandel und da finden Sie mehrere Informationen, wo das sehr, sehr im Detail auch dargestellt ist, wie diese Klimahüllen und wie auch weitere Fragestellungen zum Klimawandel im Wald sozusagen betrachtet werden können. Damit möchte ich vielleicht auch noch mal ein bisschen diese Entwicklung dieser Klimahüllen ein bisschen erläutern, wie sich das im Wald dargestellt hat, in der Forstwirtschaft und im Waldbereich. ist das Thema Klimahülle zum ersten Mal eigentlich im Jahr 2007 in die breitere Öffentlichkeit gelangt. Und da hat der Kollege Kölling aus Bayern seine berühmten Klimahüllen zum ersten Mal vorgestellt. Die waren relativ einfach, weil sie vor allem nur die Jahresdurchschnittstemperatur und die durchschnittlichen Niederschläge beschreiben. Ganz genau dasselbe, was wir gerade im Video gesehen haben, einfach dargestellt und dann eben mit so einer grafischen Darstellung auch gezeigt, wie verändert sich das und mit was müssen wir rechnen. Man könnte das sozusagen sagen, das war die Klimahülle 1.0. In der Zwischenzeit haben wir dann am BfW begonnen, uns auch mit diesem Thema zu beschäftigen und waren dann im Interreg-Projekt Manfred, an dem wir mit Partnern aus der Schweiz, aus Slowenien, Italien, Deutschland zusammengearbeitet haben, waren wir dann ein gemeinsames Projekt und haben dann die ganzen Inventurdaten der Waldinventuren im Alpenraum zusammengesucht und die Partner an der WSL in der Schweiz haben dann diese Klimahüllenmodelle erstellt. Die haben wir auch schon publiziert damals in den BfW Praxisinformationen 2012. Ich würde das mal bezeichnen als Klimahülle 2.0. Und in der Zwischenzeit haben wir dann in einem weiteren Projekt mit Partnern Mitteleuropa und mit Daten, die aus der gesamten europäischen, aus gesamte Europa stammen, weitergearbeitet, haben diese Modelle verbessert, haben einen besseren Datensatz zugrunde gelegt und das sind die Ergebnisse, die ich Ihnen jetzt vorgestellt habe. Das könnten wir bezeichnen als Klimahülle 3.0 und viele werden sich fragen, ja warum neue Modelle, an was soll ich dann glauben, wenn die Wissenschaftler alle zwei, drei Jahre mit neuen Informationen kommen. Es stimmt dann das Alte nicht mehr, habe ich dann auf die falschen Baumhacken gesetzt, wenn vor fünf Jahren die Empfehlung diese war und heute ist es etwas anderer. Der Hintergrund ist einfach, dass die Klimaszenarien nicht mehr aktuell sind. Das heißt, vor zehn Jahren gab es andere Klimaszenarien mit der Hoffnung, dass sich auch an der CO2-Emission etwas verändert. Das hat es aber nicht getan. Das heißt, die Klimaforscher, die passen ihre Klimamodelle immer wieder an die aktuellen Entwicklungen des CO2-Gehaltes an. Wir sehen dann, wir wissen jetzt in einigen Jahren zum Beispiel, während wir den Punkt überschritten haben, dass wir noch das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Wenn das dann überschritten wird, dann brauchen wir gar nicht mit diesen positiven oder diesen optimistischen Szenarien weiterzurechnen. Auf der anderen Seite sind wir jetzt aber auch in der Forstwissenschaft sehr viel besser geworden. Die Baumdaten werden immer besser. Die Klimahöhlen 1,0, das sind die Daten herausgesucht worden aus einfachen Vegetationskarten. Welche Baumarten kommen wo in Europa vor? Mittlerweile gibt es die Daten der internationalen Waldinventuren Europas beziehungsweise der verschiedenen Länderinventuren Europas. Die werden regelmäßig zusammengefasst, werden dann publiziert. Und der neueste Datensatz, der umfasst 360.000, ungefähr 360.000 Waldinventurpunkte in ganz Europa, wo man sehr genaue Daten hat, zu den Baumarten vorkommen. Das heißt, das wird immer besser. Auch die Statistik der Modelle wird immer ausgefeilter. Das heißt, hier gibt es jetzt neue Modelle, die uns auch erlauben, die Unsicherheit der Modelle besser einzuschätzen. Und nicht zuletzt werden auch bessere Klimaparameter integriert und mittlerweile auch erste Standortsparameter sind möglich zu integrieren. Das heißt, hier wird es auch wieder neue, in den nächsten Jahren neue technische Entwicklungen geben, neue Modelle geben, die uns helfen, unserer Empfehlung für die Forstwirtschaft besser abzustimmen. Und hier möchte ich auf keinen Fall versäumen, noch mal auf das Projekt der Vorseite hinzuweisen, das Projekt der dynamischen Waldtypisierung als ein neues Instrument für die Baumartenwahl. Einige von Ihnen waren vielleicht dabei, in der vergangenen Woche oder vor zwei Wochen wurde dieses Ergebnis, dieses Projekt ja vom Landsteiermarkt vorgestellt. Und hier werden tatsächlich die Bodeninformationen, die aktuellen Standardsinformationen integriert. Und wir können dieses Projekt sozusagen als Klimahülle 4.0 bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch langfristig, auch die Zukunft, in denen sich unsere Empfehlungen, unsere Tools und Projekte für die Praxis weiterentwickeln werden. Aber leider haben wir die hohe Genauigkeit dieser Standardsinformationssysteme derzeit noch nicht für ganz Österreich vorliegen. Und es ist zu erwarten, dass das noch einige Jahre dauern wird, bis wir diese hohe Genauigkeit auch für ganz Österreich haben. Und deswegen haben wir uns am BfW entschieden, haben gesagt, okay, lass uns jetzt die aktuellen Modelle für sozusagen die Klimahülle 3.0, lass uns die nehmen und lass uns daraus eine österreichweine Baumartenampel erstellen. Auch wenn wir wissen, dass das möglicherweise nicht die Genauigkeit hat, die natürlich das Projekt Vorseite hat. Wie können Sie jetzt diese Baumartenampel einsehen? Das Beste ist, Sie schauen sich das im Internet an und auf der Website Klimafitter Wald finden Sie unter dem Menüpunkt Baumartenampel haben Sie hier die Möglichkeit einzugeben, an welchem Standort Sie sich befinden. Sie können dann hier genau hineinzoomen, können dann festlegen, wo Sie sind und kriegen dann ein paar grundlegende Informationen, in welcher Seehöhe Sie sich befinden, in welchem Wuchsgebiet Sie sich befinden und mit diesen Informationen sehen Sie dann für eine ganze Reihe von Baumarten schon, wie die Eignungen dieser Baumarten im Jahr zum Ende des Jahrhunderts sind. Also wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, keine Baumarteneignung für die derzeitige Situation anzugeben, weil es uns darum geht, jetzt für die Waldbesitzer, die sich jetzt entscheiden wollen, etwas zu pflanzen, die müssen sich Gedanken machen, wie lange erwarte ich, dass die Bäume dort stehen und dann natürlich überlegen, kann das sein, dass diese Baumarten dann auch in 100 Jahren oder beziehungsweise 80 Jahre sind es ja mittlerweile nur noch, dort auch überleben werden. Und die Eignung wird ganz simpel angegeben durch Grün, Gelb und Rot. Grün ist sehr gut geeignet, Gelb ist so, ja, könnte noch passen, Rot ist angeben eher ungeeignet oder sehr wahrscheinlich ungeeignet und man muss natürlich trotzdem immer noch berücksichtigen, dass wir mit dieser Baumartenammel eine sehr, sehr ungenaue Vorhersage machen. Unsere Modelle stammen, wurden berechnet auf einer Skala von 1 mal 1 Kilometer und wir haben natürlich hier keine Standortsinformationen drin, wir wissen nicht, welche Botentypen sie haben, welche Hangneigung sie haben, ob sie einen südexponierten Hang, aber einen nordexponierten Hang, das heißt, wenn hier gelb ist, dann könnten sie möglicherweise auf einem nordexponierten Hang, mit der das Baumarten noch arbeiten, auf einem südexponierten Hang wahrscheinlich eher nicht mehr. Oder auf einem tiefgründigen Boden könnte dann die Baumarten noch funktionieren, wenn das ein flachgründiger Boden ist, könnte es möglicherweise nicht mehr funktionieren. Das heißt, hier sind noch zusätzliche Informationen von Ihnen, von den Waldbesitzern zu berücksichtigen. Vielleicht auch noch mal zu dem technischen, Wir haben hier eine ganze Reihe von Baumarten drin. Für die ersten sieben Baumarten basieren die Empfehlungen tatsächlich auf unseren Klimahüllenmodellen. Für weitere 16 Baumarten haben wir vergleichbare Modelle derzeit noch nicht verfügbar in dieser hohen Auflösung. Und diese Empfehlungen basieren im Moment noch auf einer Experteneinschätzung und sind, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht auch noch ein bisschen positiver, ein bisschen optimistischer als die modellbasierten Empfehlungen. Lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Wir arbeiten daran, auch diese Modelle zu verbessern, beziehungsweise diese Empfehlungen zu verbessern. Darüber hinaus haben wir auch drei nicht heimische Baumarten in unseren Empfehlungen drin. Und auch diese basieren auf Modellen. Mittlerweile läuft bei uns ein weiteres Projekt, das Projekt EVA, evidenzbasierte Anbauempfehlungen, dass wir mit Partnern aus Deutschland, auch aus Bayern und anderen Bundesländern gemeinsam erarbeiten. Und da wollen wir eben auch die Baumartenempfehlungen für diese 16 Baumarten verbessern, beziehungsweise auch noch weitere Baumarten zufügen, um unsere Vorhersagen klarer zu machen. Ja, wenn, 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 wem das nicht reicht und wer sagt, naja, das ist mir zu kompliziert, das im Internet jeweils anzuschauen, der hat natürlich auch die Möglichkeit, sich die Baumartenampel als Broschüre anzuschauen und entweder hier herunterzuladen oder bei uns zu bestellen und um sie dann sozusagen in aller Ruhe anzuschauen. Und da werden dann meine Nachredner noch die nächsten Vortragen noch darauf eingehen. Wenn Sie sich das zum Ausdruck herunterholen, bekommen Sie eben die gesamte Broschüre und bekommen dann für ein gesamtes Wuchsgebiet. Und wir haben hier jetzt die, die, die sozusagen die Hauptwuchsgebiete vor allem genommen, also Mühl und Waldviertel gemeinsam, haben wir dann eine Einschätzung für die verschiedenen Baumarten, auch in denselben Ampelfarben dargestellt. Und damit hoffe ich Ihnen, ich kann, das hoffe ich, dass ich Ihnen die wesentlichen Fragen erstmal zur Baumartenampel beantworten konnte und bin gespannt auf die nächsten Vortragenden und dann später auf Ihre Fragen. Super, danke Silvio. Ich möchte euch nur noch sagen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, wir zeichnen diese Veranstaltung auf und werden sie später auf YouTube bereitstellen. Und dort auf dieser YouTube-Aufzeichnung werden dann auch die ganzen Links zu finden sein, also Sie brauchen sich nichts mitschreiben und dann einfach später auf unseren YouTube-Kanal einmal schauen. Gut, dann kommen wir gleich weiter zu der Praxis. Das wird uns Gerry Steinklecker vorstellen. Gerry, bitte. Guten Morgen, geschätzte Damen und Herren, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe gerade, dass sich meine Videokamera nicht freischalten lässt. Das liegt aber an meiner Technik und nicht an der professionellen meiner Kolleginnen von BfW. Ja, Anna Walli hat es gesagt, ich darf seit circa sechs Jahren Partner des BfW im Projekt Klimafitter Wald sein. Ich beschäftige mich auch auf internationaler Ebene mit diesem Thema und bin dort Partner in mehreren Projekten, auch der Jufro des Internationalen Verbands der Forstwissenschaften. Nun, in Österreich, in den letzten Jahren habe ich viele Orte in Österreich besuchen können, viele Waldflächen kennengelernt, aber vor allem auch noch viel mehr Waldflächen, Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer kennenlernen dürfen. Auch ich teile jetzt mit Ihnen meinen Bildschirm und hoffe, dass der jetzt da ist. Anna, vielleicht kannst du kurz den Daumen hoch, wenn der Bildschirm gut geteilt ist. Passt, ich sehe deine PowerPoint. Dankeschön. Also nicht die Präsentation, sondern die Power. Ja, jetzt sehe ich die Präsentation. Super. Dankeschön, danke. Der Klimawandel hat also nicht nur sichtbare Auswirkungen auf den Wald und seine Fähigkeit, die gewünschten Ökosystemleistungen zu erfüllen. Ich möchte ganz besonders in Erinnerung rufen, dass der Klimawandel auf die Bewirtschafterinnen und Bewirtschafter auch massiven Einfluss hat, also auf die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. Und hier insbesondere auf die Kleinstrukturierten oder manchmal nennt man sie auch Waldferne, Hofferne, die sind ganz besonders betroffen und viele von ihnen brauchen technische, institutionelle, aber auch finanzielle Unterstützung. Mein kleiner Beitrag hier kann bei weitem nicht die vielen, vielen Diskussionen mit Betroffenen widerspiegeln. Ich möchte vielleicht nur ein paar wenige Aspekte zum Thema Baumartenwahl und Baumartenampel, wie sie heute vorgestellt wird, aufgreifen. Und ich beginne mit dieser Folie. Dies ist ein Bild aus der Klimawandelanpassungsregion Enstall, oberes Enstall. Und wir hatten hier eine tolle Veranstaltung gemeinsam mit der Bezirksbauenkammer Lietzen. Und die Botschaft, die ich hier ganz zu vorne wegstellen möchte, ist, alle wirtschaftlichen oder auch, Entschuldigung, wissenschaftlichen Erkenntnisse oder auch politischen Entscheidungen können nur so viel bewirken, als Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer motiviert und informiert sind, um ihren Wald klimafit zu machen. Die Waldbesitzer und Waldbesitzerinnen entscheiden. Wenn man jetzt das Projekt Klimafitter Wald sich ansieht, so haben wir schon vor einigen Jahren eine Umfrage gemacht und 605 Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer haben darauf geantwortet. Die Frage war, was interessiert Sie in Bezug auf Ihren Wald ganz besonders? Und ich betone, das sind hier überwiegend nur ganz kleinstrukturierte Waldbesitzerinnen oder Waldbesitzer und oftmals auch Waldferne, die in urbanen Räumen leben. Aber das wichtigste Argument, das gebracht worden ist, ich möchte, dass mein Wald gesund ist. Ich möchte, dass er stabil ist. Ich möchte, dass er den zukünftigen Anforderungen gerecht wird. Und das ist ein Hintergrund, warum sich das BfW diesen Thema ganz besonders angenommen hat und warum auch die Baumartenampel entstanden ist. Nun, wenn wir jetzt die Baumartenwahl, und ich habe im Chat schon gelesen, ist diese Baumart sturmsicher? Kann man die Esche noch empfehlen? Wenn ich hier einige wichtige Einflussfaktoren für die Baumartenwahl herausgreifen darf. Entscheidend ist der Standort. Und Silvia Schüler hat es schon gesagt. Die Baumartenampel kann im Wesentlichen nur die großen Dimensionen widerspiegeln. Nämlich den Niederschlag und dessen Verteilung. Ein ganz wichtiges Kriterium, weil die Schäden der letzten Jahre sehr oft Trockenschäden mit Borkenkäfer als Folgeschäden waren. Temperaturverteilung und ihre Spitzen, die hängt natürlich sehr stark von der Seehöhe ab. Das Grundgestein ist wiedergespiegelt in der Baumartenampel, weil auch die forstlichen Hauptwuchsbezirke angegeben sind. Allerdings, was in der Baumartenampel weniger angeführt sein kann, ist die wirkliche Örtlichkeit. Und auch das, auf das ist Silvia Schüler schon eingegangen, wie sieht dort der Boden aus? Wie schaut es mit dem Wasserhaushalt Nährstoffversorgung der Gründigkeit aus? Die Exposition wurde angesprochen. Auch die Geländeform kann man nicht feststellen. Und nämlich über die Fernerkundung und sie so einfach widerspiegeln. Und dann gar nicht, wie ist die Eignung der Baumarten? Und wenn ich von der Eignung spreche, so möchte ich ganz besonders auf die Genetik und Herkunft eingehen. Etwas, was auch nicht in der Baumartenampel wiedergespiegelt ist, ist, wie sieht der Bestand aus? Und das ist ja ganz, ganz entscheidend, wenn man draußen mit den Menschen unterwegs ist, dann wirft man einen Blick natürlich auf den Wald, wie er sich vor Ort gerade darstellt. Und es macht einen Riesenunterschied, ob sie einen intakten Wald haben, der mit Baumarten versehen ist, die vielleicht auch in Zukunft tauglich sein werden, oder bereits einen geschädigten oder gar einen schwer geschädigten. Wenn man diese, ich sage mal, die standörtlichen Gegebenheiten herausgefiltert hat, dann kommt man auf die Baumartenampel. Wie gesagt, mit ihren Einschränkungen. Auch ich habe hier die Baumartenampel aus dem Müll- und Waldviertel herausgegriffen. Dort ist auch mein Büro. Ich grüße Sie aus dem Müll- und Waldviertel. Allerdings, wie gesagt, hier diese Baumartenampel sollte unbedingt mit den Standardsfaktoren auf der Fläche ergänzt werden. Das ist eine ganz wichtige Botschaft. Wir haben eine entscheidende Frage, ist natürlich Baumarten, das ist alles gut und schön, das sind jene Baumarten, die sich in Zukunft bei einem prognostizierten Klimawandel wohlfühlen werden oder weniger wohlfühlen werden. Ich möchte hier vielleicht noch einmal herausstreichen, die Baumartenampel basiert auf einer unterstellten Klimaerwärmung von circa 2,3 Grad. Gegenwärtig befinden wir uns in Europa und auch in Österreich allerdings auf einem Pfad, der sich mindestens bei 3 bis 4 Grad zusätzlicher Erwärmung hingeht. und das heißt, die Baumartenampel ist noch etwas mit, natürlich mit der Unsicherheit behaftet, dass wir nicht wissen, wie sich das Klima dann wirklich verändert. Das wird sehr, sehr stark von uns allen, von der Gesellschaft abhängen, wie stark die Gesellschaft in der Lage sein wird, das klimaschädliche CO2 in Zukunft zu vermeiden. Wenn es um die Baumartenmischung geht, dann lassen Sie mich eines sagen, es ist ein ganz entscheidender Faktor für einen zukunftsfähigen, klimafitten und resilienten Wald. Man kann dadurch das Risiko natürlich erheblich senken. Und wenn Sie jetzt in Ihren Bestand schauen und Sie haben einen existierenden Bestand, dann können Sie dort, wo geeignete Mutterbäume vorhanden sind, das heißt, die richtigen zukunftsfähigen Baumarten mit den richtigen Herkünften, dann können Sie natürlich dort in vielen Fällen mit Naturverjüngung arbeiten. In manchen Fällen ist das nicht möglich und wir müssen Baumartenbäume künstlich einbringen über Pflanzung, über Saat. Und hier ist empfohlen, mindestens drei bis vier Baumarten in den meisten Fällen pro Bestand einzubringen und die je nach Baumart präferiert, in Gruppen, in Trupps, in Reihen, wenn möglich keinesfalls in der sogenannten Bundmischung. Das kann manchmal recht schön aussehen, aber es bringt Ihnen langfristig sehr große Probleme, waldbauliche Probleme bei der Pflegedurchforstung und auch bei der Entnutzung der Bestände, wenn die Baumarten sozusagen bunt durcheinander gemischt in den Bestand sind. Und am Ende möchte ich Sie noch hinweisen, achten Sie auf die geeigneten Herkünfte und da noch einmal auf ein Tool hinweisen. Vielen von Ihnen wird es schon bekannt sein oder den allermeisten, aber ich möchte es trotzdem noch einmal in Erinnerung rufen. Es gibt das Tool www.herkunftsberatung.at. Ich habe hier wieder eine Gemeinde im Müllviertel gewählt und dann können Sie sich entscheiden, welche Baumart will ich auf welcher Höhenstufe setzen. Sie kriegen dann die vorgeschlagenen Baumarten und wenn Sie sich dann weiterklicken, dann kriegen Sie zum Beispiel, Sie können die Baumart Stieleiche nehmen, aber sonst irgendeine. Und wenn Sie weiterklicken, kommen Sie zu den geeigneten Herkünften und im Idealfall auch zu den möglichen Forstbaumschulen in Ihrer Nähe, die diese Baumarten anbieten. Und zu guter Letzt möchte ich noch einmal zurück zu der Baumartenampel beziehungsweise zur Webpage www.kimmerfitterwald.at und auf einen Punkt besonders eingehen. Das ist nämlich dieser Punkt, die Beratersuche. Wenn Sie dort anklicken, dann werden Ihnen die forstlichen Fachverbände, Behörden, Dienstleister, Ausbildungsstätten in Ihrer Region, in Ihrer Nähe angezeigt. Und das ist eine der wichtigsten Botschaften. Bitte scheuen Sie sich nicht, von Ihren Expertinnen und Experten vor Ort Rat einzuholen. Damit bin ich, glaube ich, schon am Ende meiner kurzen Worte. Natürlich haben wir auf den jeweiligen Standorten in den jeweiligen Regionen unzählige Diskussionspunkte gehabt. Egal, ob es das Thema der Nutzung, das Thema der Zäunung, jagdbetriebliche Dinge angesprochen. Vielleicht können wir das später in der Diskussion klären. Hier würde es den Rahmen sprengen. Ich bedanke mich auch für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche viel Erfolg beim Aufbau Klima Fitterwälder. Ja, vielen Dank, Geri. Vielen Dank auch Silvio. Vielen Dank für Eure Ausführungen. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Fragerunde. Es sind schon einige Fragen im Chat aufgetaucht. Ich werde die chronologisch durchgehen. Die erste Frage war, was sind sturmsichere Baumarten? Silvio, magst du das gleich vielleicht beantworten? Ja, ich kann versuchen, das zu beantworten. Das ist eine ganz, ganz schwere Frage, weil die stürmsichere Baumart sozusagen gibt es nicht. Wenn ein extremer Sturm kommt, dann können, dann sind eigentlich alle Baumarten auch gefährdet. Es gibt Faktoren, die dazu beitragen, dass eine Baumart, dass ein Baum, sagen wir, vom Sturm gefährdet ist. Auf der einen Seite haben wir Stabilitätsparameter des Gesamtbestandes und des Einzelbaumes. Also das heißt, die waldbauliche Behandlung der Bestände entscheidet auch über die Sturmsicherheit. Und ich kann bei moderaten Stürmen und bei einer richtigen waldbaulichen Behandlung werde ich wahrscheinlich sozusagen eine geringe Sturmsicherheit, eine hohe Sturmsicherheit haben, selbst bei den vermeintlich eher Sturm, sozusagen den gefährdeten Baumarten, auch bei der Fichte, wenn die mit einem guten HD-Wert hat, wenn die Bestände geschlossen sind und wenn die Bestände nicht und die Einzelbäume nicht allzu hoch sind, kann man da bei moderaten Stürmen auch noch mitarbeiten. Das heißt, ich möchte mal feststellen, Sturmsicherheit ist immer auch vom Waldbau abhängig. Und dann ist natürlich auch eine Frage, zu welchem Zeitpunkt diese Stürme auftreten. Bei Sommerstürmen, die in den letzten Jahrzehnten auch stärker geworden sind, bei diesen kleinen Tornados, wie wir es jetzt im letzten Jahr zum Beispiel auch in Tschechien gesehen haben, dann kann eigentlich keine Baumart wirklich standhalten. Das werden auch große Buchen und Eichen können da sozusagen abgeknickt werden, weil dann die Windgeschwindigkeiten sehr hoch sind und die Bäume, auch die Laubbäume im Sommer natürlich mit dem Laub einen sehr, sehr hohen Widerstand darstellen. Ansonsten sind bei den Winterstürmen eher die Nadelbäume gefährdet. Und da ist natürlich die Fichte und die Flachwurzelbaumarten tendenziell immer stärker gefährdet. Aber wie gesagt, es hängt dann vom Standort ab, es hängt von der Baumhöhe ab. Je höher Bäume werden, desto stärker, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie geworfen werden. Das gilt eigentlich ganz generell. Das heißt, etwas kleinere Baumarten und etwas dickere Baumartenbäume werden schwächer geworfen. Und wir sehen eigentlich, wenn man die ganzen Modelle und die ganzen Analysen, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, kann man nicht sagen, das ist die eine Baumart, die ist immer sturmsicher unter allen Situationen. Das heißt, hier kommt ein richtiger Baumartenwald zusammen und hier kommt natürlich auch die waldbauliche Behandlung dazu. Ich weiß nicht, die Antwort ist vielleicht ein bisschen unkonkret beantwortet, aber wie gesagt, nicht einfach zu beantworten. Okay, passt super. Kommen wir zur zweiten Frage. Da geht es um die Esche. Die Esche wird bei uns in der Baumartenampel konkret empfohlen. Wir wissen aber alle, dass die ein ziemliches Problem mit diesem Pilz hat. Wie ist denn das gemeint? Silvio, vielleicht kannst du das auch beantworten. Ja, also wir stellen in unserer Baumartenampel die klimatische Eignung dar und nicht die Eignung und auch nicht die Gefährdung durch den Pilz. Wir arbeiten am BfW seit fast zehn Jahren jetzt an dem Projekt Esch in Not und haben begonnen im Jahr 2015 sehr viel Saatgut von resistenten Eschen aus ganz Österreich einzusammeln. Wir prüfen das auf die Resistenz gegenüber dem Eschentriebsterben. Das ist der Pilz Calaria fraxinea, der die Esche befällt und die zum Absterben bringt langfristig. Und wir sehen da eine hohe Resistenz auch. So, wir erwarten, dass wir in den nächsten fünf Jahren Pflanzen auf den Markt bringen können, die resistent gegen diesen Eschenpilz sind. Und da erwarten wir, dass es auch möglich ist, die Esche wieder etwas breiter anzubauen. Also wir würden die Esche auf keinen Fall jetzt komplett abschreiben. Aber erstens auf der einen Seite, dort, wo die Esche schon in geringen Stückzahlen vorhanden ist, kann sie durchaus heute noch auch noch sozusagen weiter gepflegt werden, wenn der Befall nicht ganz so stark ist. Und ich glaube, in Zukunft werden wir resistentes Saatgut haben. Und dann könnten die Esche auch an bestimmten Standorten wieder geeignet sein. Alles klar. Vielen Dank. Die zweite Frage richtet sich auch an die Krankheiten. Und zwar geht es um die Baumarten Schwarzkiefer und Buche. Wir haben zum Beispiel da eine Frage bekommen, dass im Wiener Wald die Schwarzkiefern konkret empfohlen werden, obwohl die immer mehr Probleme mit den Borkenkäfern haben. Ich denke einmal, da kann man das ähnlich sehen wie bei der Esche, dass wir ja nicht auf die Schädlinge eingehen können bei der Baumartenampel. Aber generell Schwarzkiefer und Buche, was wären denn da für typische Krankheiten, die auftreten können? Also bei der Schwarzkiefer geht es eigentlich vor allem um das Triebsterben, das Diplodia-Triebsterben. Ich bin jetzt nicht der Forstschutzexperte, aber das ist ein Pilz, den es schon länger gibt. Der ist nicht ganz neu. Aber, sag mal, nach Trockenperioden und nach bestimmten Witterungsereignissen tritt dieser Pilz gehäuft auf. Und er hat in den letzten Jahrzehnten immer wieder zu wellenartigen Absterbeereignissen geführt. Auch hier kann man waldbaulich sozusagen ein bisschen vorsorgen. Da gibt es sehr, sehr detaillierte Informationen auch von unseren Kollegen vom Forstschutz. Und wir hatten das Thema auch bei unserem BfW-Praxistag schon behandelt. Also hier kann man etwas machen. Und es gibt auch Untersuchungen jetzt, die sich mit der Resistenzzüchtung beziehungsweise mit der Auswahl von Herkünften, die gegenüber diesem Pilz weniger anfällig sind, beschäftigen. Also auch hier sehen wir eine gute Zukunft. Vielleicht ganz generell, dass die Problematik vom Borkenkäfer an der Schwarzkäfer ist mir, aber wie gesagt, ich bin kein Forstschutzexperte, jetzt nicht so geläufig. Die Schwarzkäfer kommt ja, sag mal, von Nordafrika im Süden bis nach Österreich im Norden vor. Und es gibt da von den Herkünften her auch ein sehr, sehr vielversprechendes Material aus Korsika, aus Süditalien und aus anderen Regionen, die derzeit in verschiedenen Herkunftsversuchen getestet werden. Also wir sind sehr, sehr zuversichtlich, dass die Schwarzkäfer von den heimischen Nadelbaumarten einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen kann. Bei der Buche sehen wir einfach die Problematik, dass in den tieferen Lagen und auf den trockeneren Standorten tatsächlich schon Trockenschäden der Buche immer häufiger auftreten und insbesondere alte, große Buchen, die bisher noch auf, sag mal, auf Standorten gewachsen sind und auch mit ausreichend mit Wasser versorgt werden, wurden, sag mal, bei den abnehmenden Niederschlägen Probleme bekommen. Hier gab es zahlreiche Untersuchungen vom Forstschutz. Man konnte selten eine eindeutige Ursache ausmachen. Man hat auch gefunden, dass in einigen Fällen auch der Borkenkäfer involviert war. Aber was jetzt der Primärschaden war, konnte man nicht sagen. Und wir gehen einfach davon aus, dass wir da, dass die Buche sich im Wienerwald und in den tieferen Lagen des Wienerwaldes vor allem schon an ihrer warm-trockenen Verbreitungsgrenze befindet. Wir haben sehr, sehr viele Informationen zur Buche auch aus Ungarn. Und da sieht man, in Ungarn hat die Buche schon in den letzten zwei, drei Jahrzehnten immer starke Probleme gehabt und der Schadholzanteil in der Buche hat sich vervielfacht. Und das werden wir in einigen Regionen Österreichs auch für die Buche in Zukunft stärker beobachten können. Vielen Dank, Silvio. Die nächste Frage kannst auch du beantworten. Kommen nur die drei nichtheimischen Baumarten in Frage oder wurden mehr nichtheimische betrachtet beziehungsweise kommen keine nichtheimischen in Frage? Nur zur Erinnerung, die nichtheimischen Baumarten bei uns in der Baumartenampel sind Douglasie, Roteiche und Küstentanne. Es kommen prinzipiell auch andere Baumarten nichtheimische Baumarten in Frage. Wir haben jetzt für die erste Version, die wir hier fertiggestellt haben, einfach mal die drei wichtigsten Baumarten genommen und auch die Baumarten, für die wir halbwegs verlässliche Modelle haben. Am verlässlichsten sind unsere Ergebnisse einfach für die Douglasie, weil hier gibt es europaweit und auch aus Nordamerika sehr, sehr gute Daten und ich glaube unser Douglasien-Modell ist sehr, sehr gut für die Roteiche und die Küstentanne. Es sind zwei andere wichtige nichtheimische Baumarten, die regelmäßig gepflanzt werden. Ich bin ganz ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig mit diesen Modellen zufrieden, aber das liegt einfach daran, dass unsere Modelle natürlich auf Beobachtungen basieren und es gibt einfach nur eine begrenzte Anzahl von Beobachtungen in Europa derzeit und die Modelle, die Daten, die wir aus Nordamerika bekommen, sind nur teilweise sozusagen geeignet. Langfristig und das machen wir jetzt auch derzeit gerade in dem Projekt EFA, wo es um die evidenzbasierten Anbauempfehlungen geht, auch hier werden in diesem neuen Projekt weitere Baumarten auch involviert werden. Wir sehen zum Beispiel jetzt schon, dass die Schwarznuss auf jeden Fall von dem Klimawandel profitieren wird, auf vielen Regionen Österreichs geeignet sein wird, aber das ist dann wieder eine Baumart, die ganz, ganz stark von einem sehr, sehr guten Standort profitiert. Also das ist auch wieder, da kann ich sagen, klimatisch wird es sehr besser gehen, ob das der jeweilige Waldbesitzer dann tatsächlich einen Standort hat, der für die Schwarznuss geeignet ist und das müssen sehr mühsicher, tiefgründige Standorte sein, das steht auf einem anderen Blatt und muss dann auch wieder vor Ort entschieden werden. Vielleicht kann ich noch hinzufügen, ich habe gerade die Frage auch gesehen zu der Roteiche und ich weiß, die Roteiche ist auch auf vielen Standorten geeignet und ich habe jetzt auch gestern wieder im Wald einen sehr, sehr schönen Bestand im Waldviertel gesehen. Ich halte die auch für Mittel, zumindest gut geeignet. Im Moment basierend sind unsere Modelle einfach für die Zukunft und Sie müssen immer denken, das ist das, was wir dann in 100 Jahren oder in 80 Jahren erwarten, sind nicht ganz so optimistisch. Wir werden sehen, ob eine Verbesserung dieser Modelle, die wir jetzt sozusagen schon in Angriff genommen haben, dass das Ganze noch etwas verbessert. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt aus der Praxis. Geri, vielleicht kannst du die beantworten. Sie lautet, wie würde man bei einem Schutz beziehungsweise Bannwald eine Waldumbildung am besten durchführen? Also ich würde überhaupt dich bitten zu beantworten, grundsätzlich, wie eine Waldumbildung am besten durchzuführen ist, mit speziellem Hinblick eben auf Schutz und Bannwald. Danke. Ja, danke Anna. Vielleicht erlauben wir noch einen Satz zu den heimischen beziehungsweise nicht heimischen Baumarten. Im Zuge vieler Veranstaltungen, Exkursionen hat sich herausgestellt, dass dieses Thema äußerst kontroversiell diskutiert wird. Manche sehen nicht heimische Baumarten als die Beauty, manche sehen sie als die Beast. Es gibt hier durchaus auch eine kontroversielle Diskussion zwischen Forstwirtschaft, forstlichen Praktikern, Naturschutz. Ich glaube, nur als eine persönliche Blickwinkel, das österreichische Baumartenportfolio mit rund 70 Baumarten bietet sehr viel, aber die Zukunft und der Klimawandel gehen so dramatisch voran, dass man eine Offenheit haben sollte für nicht heimische Baumarten. Die Duglasie war genannt, die Roteiche war genannt, die Schwarznuss, die ich selber in vielen Beständen schon hervorragend wachsen gesehen habe. Vielleicht an alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer, das vielleicht entscheidendste Argument ist, inwieweit eine Baumart invasiv sein kann, die Invasiveness einer Art und hier eines bekanntesten Beispiels ist die Rubinie, die im Ostne von Österreich durchaus da und dort schon eine Rolle spielt. Diese Baumart hat natürlich als ein Beispiel die Fähigkeit, wenn man nicht besonders aufpasst, die heimischen Baumartenflora zu verdrängen. Aber, also ein bisschen Vorsicht, aber offen sein in der Anwendung von nicht heimischen Baumarten. Vielleicht auch aus der Praxis und aus der Realität. Ich habe vor einigen Tagen eine Anfrage gestellt, ich würde gerne für einen Kunden von mir 50 Festmeter Lerche in Vollholz bekommen. Die Antwort war, das ist frühestens in einem Jahr möglich und ich wurde hingewiesen, wo wir eventuell weiterhelfen könnten. Es geht um einen Brückenbau, wäre die Douglasie. Also hier muss man auch ein bisschen sich nach der Decke strecken. Zum Waldumbau, das ist eine Frage im Allgemeinen. Waldumbau ist eine Frage, wo ich Ihnen dringend empfehlen würde, nehmen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen von der Landwirtschaftskammer, von den forstlichen Fachverbänden, von den WFIs und gehen Sie mit jenen gemeinsam in Ihren Wald. Man muss sich den Status des existierenden Waldes ansehen, in welchem Alter befindet er sich, in welcher Mischung befindet er sich, wie stark ist er beschädigt, wie hoch ist das Risiko, dass er in den nächsten Jahren wieder geschädigt wird. Also hier eine generische Aussage zu treffen ist sehr schwer. Für den Gebirgswaldbau ist natürlich das Ganze noch einmal etwas gesteigert, weil dort die Klimaextreme noch extremer sind und auch die Vegetationszyklen, das heißt, das Ganze etwas langsamer abläuft und auch die Gefahren für den existierenden Wald erhöht sind. Ein wesentliches Merkmal, mit dem ich mich in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt habe, wenn ich in Tirol, aber auch in der Schweiz oder in Südtirol war, ist die Bewirtschaftung vor allem in den höheren Lagen über die Rotten, wie man solche Rotten anlegt, da habe ich zum Beispiel für eine Klarregion, die Klarregion Lungau, einen eigenen Foliensatz für gebirgswaldbauliche Dinge. Ich selbst bin kein Professor für Waldbau, hier kann man sich sicher auch an die Kolleginnen und Kollegen, entweder das BfW, Silvia Schüller ist im Bild, aber auch der Universität für Bodenkultur wenden, wenn es um entscheidende Fragen geht. Vielen Dank, das bringt mich auch schon zur nächsten Frage, und zwar, wie steht es denn um die Klimaerwärmung und die Ausbreitung von Bäumen in höher gelegene Areale? Es wird wärmer, es wird auch oben wärmer, wandern die Bäume hinauf und wenn ja, wie kann man das denn nutzen? Vielleicht, weil Sie müssen wissen, ich war gerade erst vor 14 Tagen in Südtirol im Bereich Karasee und wie Silvia Schüller zuerst gesagt hat, dort, diese Region hat vor vier oder fünf Jahren ein dramatischer Sturm getroffen und selbst die stabilsten und vitalsten Bestände dort natürlich in dieser Höhenlage als Fichte aufgebaut, sind alle geworfen worden, circa ein Million Festmeter Schadholz wurde dort teilweise beseitigt und nicht beseitigt und jetzt, ja, die Baumarten, es geht, die Reise geht hinauf. Ich bitte Sie, immer eines zu bedenken und meine zweite Leidenschaft außer dem Wald ist die Bergsteigerei. Sie wissen, wenn Sie hinaufgehen ins Gebirge, je höher Sie kommen, umso kühler, umso kälter wird es. Wir sprechen davon, dass die Temperaturabnahme pro 100 Höhenmeter circa 0,65 Grad ist. Wenn Sie jetzt unterstellen, dass es in Österreich schon in den vergangenen zwei, drei, vier Jahrzehnten zwei Grad wärmer geworden ist und noch einmal zwei, drei oder gar vier Grad dazukommen, dann müssen Sie sich vorstellen, dass wir in hypothetischen 1000 Meter Seehöhe heute Klimabedingungen haben und die aber in 20, 30, 40 Jahren die Klimabedingungen der Tiefebene widerspiegeln, also um viele hundert Höhenmeter und man kann jetzt sagen, das Hinaufwachsen der Baumarten ist ein Segen, Manche sagen, es sei ein Fluch, es wird passieren, es wird passieren und insgesamt wird sich die Eignung der Baumarten von unten nach oben verschieben. Wir können, also ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich habe hier einige Waldbesitzer, mit denen ich schon vor 20 Jahren im Müllviertel auf 950 Meter Seehöhe mit Eiche gearbeitet habe und nach 20 Jahren zeigt sich, die passt dort recht gut, wo sie ursprünglich waren, dort vor vielen, vielen Jahrhundert Jahren, gab es dort Eichen und jetzt erscheint es so, als würde die Eiche dort durchaus passend sein. Also die Baumarten, die Bäume werden erheblich hinaufrandern und wie man dann im weiteren Sinne mit der Almwirtschaft, auch mit der touristischen Nutzung umgeht, das ist auch eine, letztendlich ein bisschen eine politische Entscheidung, wohin die Reise gehen wird. Wunderbar, vielen Dank. Die nächsten zwei Fragen richten sich wieder an Silvio, da geht es nämlich um die Problematik zum Beispiel, warum die Baumartenampel das Grundgestein nicht angeben kann. Also es wird angeregt, ich denke, man könnte Baumartenempfehlungen relativ einfach verfeinert darstellen, indem man Standortsbedingungen Wasserhaushalt, Exposition, Bodenart, Grundgestein bei einer Abfrage angibt und entsprechende Baumarten im Ampelsystem angezeigt bekommt. Silvio, kann man das so einfach machen? Das ist ein sehr interessanter Hinweis und das ist eigentlich auch genau das, was wir bei der Entwicklung dieser Baumartenampel auch schon diskutiert haben, dass man das machen könnte. Prinzipiell ist ja unsere Baumartenampel ein ganz, ganz einfaches Expertensystem und es ist sozusagen, wir haben natürlich die Möglichkeit, die noch etwas zu verbessern. werden haben wir aber wir haben uns in Zuge unseres Projektes Klimafitter Wald eigentlich dafür entschieden, ein sehr, breites Spektrum allen Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, insbesondere auch hoferne Waldbesitzer mit anzusprechen, die eben nicht über diese guten standortskundlichen Kenntnisse ihres Waldes verfügen. Und deswegen haben wir gesagt, für eine erste Version, die wir jetzt mal online stellen und auch für diese Version, die jetzt zum Ausdrucken ist, lassen wir diese Information weg, weil parallel dazu in eben zum Beispiel in der Steiermark eben große Aktivitäten laufen, um das noch zu verfeinern und um, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, werden die Informationen, die in der Steiermark, die Modelle, die dort verfügbar sein werden, die Empfehlung auf einer Skala von 30 mal 30 Metern können die dann Empfehlungen abgeben und das Ganze darstellen. Deswegen haben wir gesagt, wir würden uns das nicht ganz trauen. Ein zweites Problem in dieser Darstellung dieser Empfehlung ist auch, dass unsere Modelle, die wir jetzt verwenden, diese Klimahüllenmodelle, die sind aus ganz Europa und für ganz Europa haben wir auf den Standorten, auf denen die Baumarten vorkommen, diese Informationen nicht. Das heißt, wir müssen dann, um dieses Expertensystem gut zu unterfüttern, auch wieder Modelle, sozusagen statistische Modelle, mit einem Expertenwissen zusammenschneiden. Das ist generell möglich und auch wünschenswert und ich glaube, wir werden auch in den nächsten Jahren nicht umherum kommen, sozusagen unsere Tools in diese Richtung zu verbessern. Die Schwierigkeit wird sein, dann das Tool auf der einen Seite noch detaillierter und genauer zu machen, gleichzeitig aber die Einfachheit der Bedienung für ein breites Spektrum an Waldbesitzerinnen und Besitzern sozusagen weiter zu erhalten. Und das ist ein bisschen die Kunst, wo wir hier nicht nur jetzt als Wissenschaftler gefragt sind, sondern vor allem auch die unsere Kommunikationsabteilung und auch die Web-Entwickler, nämlich die Frage, wie kann man dann ein gutes User-Interface entwickeln, dass das breit zugänglich gemacht werden kann. Vielen Dank und ich darf gleich mit der nächsten Frage anschließen, die als Stellvertreterfrage für viele ähnliche Fragen dieser Art gilt. Es geht in dieser Frage speziell um die Rote Eiche, die in keinem Wuchsgebiet und keiner Höhenstufe einen grünen Ampelwert hat. In Anbetracht des großen Verbreitungsgebiet der Art in Nordamerika und des großen Klimabereichs in Österreich von den Weinbauregionen bis ins Hochgebirge abdeckt, ist das sicher nicht plausibel. Gibt es Überlegungen, wie man die Modelle für diese Baumart verbessern könnte? Ich habe das vorhin schon kurz angesprochen, dass wir in einem Projekt genau daran arbeiten. Das Problem ist, bei der Rot-Eiche sind einfach die Verfügbarkeit von Daten und die tatsächlich sagen, mit der begrenzten Verfügbarkeit, die wir heute haben, die empfehlen nur moderat. Sie sind glaube ich nicht ganz schlecht, die sind immer im gelben Bereich, aber wir werden daran arbeiten, das noch zu verbessern. Insofern, das Ganze ist ein Work in Progress und Sie haben gesehen, wie wir uns in den letzten zehn Jahren einfach von diesen Klimahüllen 1.0 bis zu 3.4.0 weiterentwickelt haben und ich glaube, das werden wir auch in den nächsten fünf Jahren, so eine weitere Dynamik ist da zu erwarten. Vielen Dank. Die nächste Frage ist ganz kurz und knackig. Kann die Baumarten Ampel auch für die Begrünung von Städten herangezogen werden? Ich weiß nicht, wer das am besten beantworten kann von euch beiden. Ja, sag mal einfach ja. Kurze und knackige Antwort, super. Geri, vielleicht kannst du auf die neunte Frage antworten und zwar geht es um die Niederschlagsverteilung. Wie sieht denn ein Wald aus, der gut mit Extrem Niederschlägen, mit Extremereignissen, wie zum Beispiel auch Trockenheit oder eben Extremniederschlag zurechtkommt? Ich kann einmal sagen, wie ein Wald aussieht, der mit Extremereignissen nicht gut zurechtkommt. Nämlich zum Beispiel hier in der Region, wo ich selbst wohne, im Mühl- und Mühlviertel, unter 600 Meter Seehöhe einförmige Reimbestände aus Fichte kommen überhaupt nicht gut damit zurecht und das führt mich zu dem, was ich schon in meinen wenigen Slides angeführt habe. Baumart, also arbeiten Sie mit mehreren Baumarten, versuchen Sie Baumarten zu verwenden, wenn es in trockenen Lagen, Silvio hat eine Grafik gezeigt, die Gewinner für ganz Mitteleuropa werden, ob wir es wollen oder nicht, aber rein von ihrer Fähigkeit mit den prognostizierten Klimaänderungen umgehen zu können, werden Eichen die Eichen sein, aber meine Botschaft ist hier, versuchen Sie insbesondere mit tiefurzelnden Baumarten zu arbeiten, die können oft tiefere Bodenhorizonte erschließen, wo die Feuchtigkeit noch länger gespeichert bleibt. Ein Praxisbeispiel, das ich mehrfach erlebt habe, das durchaus, wo ich wirklich traurig war, das zu sehen ist, wie sich Waldbesitzer extrem bemüht haben, nach einem Schadereignis wieder aufzuforsten. Das Ergebnis war, dass im nächsten Sommer oder Frühling, so wie es jetzt jetzt auch schon wieder ankündigt, extreme Trockenheit herrschte und fast alle jungen Bäumchen verdurstet sind. Ich habe Waldbesitzerinnen gesehen, die mit der Gießkanne zu den einzelnen Bäumchen gegangen ist. Auf der großen Fläche ist das natürlich nicht möglich. Und hier gibt es vielleicht auch noch, das sind meine persönlichen Gedanken, die spiegeln vielleicht nicht immer alle hundertprozentig die Wissenschaft oder die Praxis, wie sie gelebt wird wieder. Aber natürlich ist ein vorhandener Bestand, wie wir alle wissen, wenn man in den Wald geht, wird es kühler im Sommer und windgeschützter an windigen Tagen. Insgesamt sind die Klimaextreme innerhalb eines Bestandes weniger stark ausgeprägt, als wenn auf einer Freifläche. Und wenn immer es möglich ist, dass sie unter Schirm über Naturverjüngung oder auch über Pflanzung Nachbesserung arbeiten können, dann kann man auch manchmal Baumarten einbringen, die sich auf der Freifläche bei der Verjüngung in extremen Trockenphasen sehr schwer tun. Auch hier wieder gilt es, lassen Sie uns oder besuchen Sie den Standort mit Ihren Expertinnen und Experten vor Ort, es gilt abzuklären auf jeder einzelnen Fläche. Die Exposition wie gesagt spielt eine ganz wesentliche Rolle und vielleicht das Allerwichtigste der Bodenwasser Haushalt. Vielen Dank. Die nächste Frage bezieht sich auch gleich auf die Trockenheit und zwar wäre gerade bei Trockenheit die Saat, zum Beispiel Eichensaat, eine Alternative zur Bestandesbegründung. Silvio, da bist du ziemlich Experte darin, vielleicht kannst du das beantworten. Ganz ehrlich, theoretisch wäre es das schon, aber bitte nicht. Wir haben viel zu wenig Eichensaatgut und sagen wir, wir haben das Problem, dass für die ganzen Aufforstungen von der Eiche in den letzten Jahren nie das Eichensaatgut ausgereicht haben und wir brauchen derzeit jeder Eichel, um daraus Pflanzen zu ziehen und wir wissen aus Erfahrungen, aus einigen Versuchen, die in der Vergangenheit schon gelaufen sind, dass die Ausfälle bei der Eichensaat extrem hoch sind, insbesondere Mäuse und andere Schädlinge, wenn man die rausbringt und eine Eichensaat macht, dann finden die ganz gezielt diese schönen ausgelegten Eicheln und die Ausfallraten sind sehr hoch, das Saatgut ist sehr teuer, forstlich Vermehrungsgut, man kann das natürlich machen, ich würde es nicht empfehlen und bitte, wir brauchen die Forstbaumschulen brauchen das wertvolle Eichensaatgut, auf jeden Fall für die Ansucht von Forstpflanzen und dann kann man mit denen sehr sehr gut arbeiten. Alles klar, vielen Dank. Die nächste Frage ist ein bisschen konkreter und zwar, soll in einem Mischbestand Buche, Eiche, Kiefer und eben Fichte auf einer Seehöhe 400 Meter im Burgenland die Fichte mit BHD 40 Zentimeter geerntet werden oder weiter zugewartet werden? Ziel BHD wäre 50 Zentimeter. Also meine Empfehlung wäre, wenn es der Markt hergibt, nutzen und sie in ordentlichen Preisen zielen können. Langsam nutzen, die Fichte im Burgenland auf 400 Meter Seehöhe, hast du gesagt jetzt, das ist glaube ich ganz ordentlich und wenn das ein Mischbestand ist aus anderen Baumarten, sollte man nicht zu lang warten, weil früher oder später kommt der Käfer, die nächste Trockenphase kommt generell und das gilt jetzt oft auch ganz generell, wir sehen immer noch in Österreich, dass es viele Bestände gibt, viele Leute sehen auch den Wald so ein bisschen als Sparkasse, warten manchmal auch mit der Endnutzung, auch gerade bei den klimasensitiven Baumarten wie der Fichte, die dann doch auf Trockenheit und auf Borkenkäfer von Borkenkäfer stärker gefährdet ist oder wenn der nächste Sturm kommt, auch gefährdet sein kann, wenn Sie dann Zieldurchmesser erreicht haben, nutzen Sie die, wenn der Holzpreis gut ist und warten Sie nicht darauf, dass der Sturm kommt und dann müssen Sie das nutzen und dann machen Sie möglicherweise aus dem Wuchsgebiet 9, aus dem Mühlviertel. Gary, ich denke, da kennst dich du sehr gut aus. Die Frage lautet, im Wuchsgebiet 9 ist die Roteiche bis Großteils gelb, also mittel dargestellt, dennoch wird sie im Mühlviertel vor allem auf sauren Standorten aufgeforstet. Wie passt das zusammen? Gut, wie das zusammenpasst, das eine ist die forstliche Praxis, das eine, das andere sind die wissenschaftlichen Empfehlungen, die wiedergegeben werden und es gibt auch später habe ich gelesen eine Anfrage zu Tui Aplicata, also dem Riesenlebensbaum. Also das eine ist und das kann durchaus auch empfohlen werden und nämlich Mut zum Versuche, ein ständiges Dazulernen, Versuchsflächen anzulegen, Beobachtungen zu tätigen. Ich glaube, dass sich insgesamt die Waldbewirtschaftung und der Waldbau Mut haben muss, etwas auszuprobieren. Nun, bei der Rodeiche ist ja das ohne Zweifel nicht mehr im Versuch, sondern da gibt es ja mittlerweile unzählige Flächen in Österreich, wo diese Baumart verwendet wird, auch im Müllviertel, vor allem in den tiefer gelegenen Lagen. Ich glaube, wir haben hier von 600 Metern gesprochen, war hier die Frage. Wie das zusammenpasst, kann vielleicht Silvia noch was Ampel versus Praxis sagen. Zur Rodeiche wurde schon einiges gesagt. Prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, die, ich weiß, dass die Kolleginnen und Kollegen gerade hier von den örtlichen Landwirtschaftskammern, aber auch von den BFIs sich mit diesem Thema sehr intensiv beschäftigen und vielleicht, Sie haben meine Kontaktadresse, das Müllviertel ist sehr nahe, können wir uns einmal persönlich darüber austauschen. Also gerade jetzt auch für Oberösterreich gibt es ja schon aus der Vergangenheit von der Landesforstdirektion schon etwas detailliertere Informationen oder Empfehlungen für einige Wuchsgebiete. Da sozusagen taucht dann zum Beispiel die Lärche in den entsprechenden Höhenlagen teilweise grün, teilweise rot auf, je nach Standort und genau Lage. Das können wir natürlich in unseren Modellen nicht so berücksichtigen, weil wir einfach nur das gesamte Wuchsgebiet noch mal drin haben. Aber wenn Sie sagen, Sie haben da bestimmte Standorte und sehen dann jetzt in der Publikation, das ist eine Studie vom Christoph Jasser, die Baumartenwahl im Mühlviertel zum Beispiel, da haben Sie Regionen drin, in diesen Höhenstufen, die grün sind, dann haben Sie andere in derselben Höhenstufen, die rot sind, dann schauen Sie sich da vielleicht noch mal genau das an und können dann das nach dem Standort entscheiden. Wir geben, wir versuchen ganz bewusst eine erste Information zu bieten. Sie können sich ganz grob orientieren, wenn Sie dann genauere Fragen haben, müssen Sie sich im Idealfall an Ihren forstlichen Berater vor Ort wenden und der kann Ihnen dann noch Spezialempfehlungen zu Ihrem Standort geben. Vielen Dank. Die nächste Frage dreht sich auch um die Eiche und zwar gibt es auch Bereiche in Österreich wo die Traubeneiche an ihre Grenzen stößt? Ja, vielleicht kann ich dazu was sagen, weil das ist ein Thema, was uns auch schon bei den Modellen aufgefallen ist allen Modellen, die wir hier erstellt haben, die Traubeneiche in den nordöstlichen Bereichen Österreichs an ihre Grenzen gerät und das liegt vor allem daran, dass hier eine Kontinuitialität herrscht, die möglicherweise für die Traubeneiche kritisch sein kann. Ich kenne auch selber Betriebe, die im östlichen Weinviertel arbeiten, die tatsächlich auch schon Probleme mit der Traubeneiche haben. Wir müssen uns das in den nächsten Jahren anschauen. Im Moment ist es nicht die erste Empfehlung für diese Region. Sie müssen sich vorstellen, die Traubeneiche geht nicht ganz so weit in den Osten, in die kontinentalen Bereiche Europas hinein, wie die Stieleiche. Die Stieleiche kommt bis an den Ural vor. Die Traubeneiche ist eher eine westeuropäische und atlantisch getönte Baumarkt. Es kann sein, dass unsere Modelle berücksichtigen, dass diese Kontinualität, dieser Temperaturunterschied, den wir zum Beispiel auch jetzt gerade wieder erleben, mit sehr warmen Tagen, schon gleichzeitig aber auch noch recht kalten und trockenen Nächten, dass das ein Kriterium sein kann, wo die Traubeneiche stärker darunter leidet als die andere Eichenarten. Vielen Dank. Ich habe noch eine Frage, die auf die erste Frage referenziert und zwar würden Sie die Genetik oder die Pflege von Bäumen als entscheidendes Kriterium für die Sturmsicherheit einschätzen? Prinzipiell ist das ja das, was ich auch vorhin schon gesagt habe. Natürlich die Pflege und die Behandlung der Stände ist ganz entscheidend für die Sturmsicherheit. Bei der Genetik würde ich in dem Fall tatsächlich auch wenn ich jetzt als Genetiker da natürlich dazu sage, das ist auch wichtiger, aber eher Abstriche machen, weil da ist die Behandlung spielt auf jeden Fall eine größere Rolle als die Genetik. Also ich hätte die Antwort ohne ein Genetiker zu sein auch genauso geteilt. Hier ist die waldbauliche Behandlung natürlich sehr stark vorrangig und das führt mich aber zu einem Punkt den wir in nächster Zukunft noch verstärkt aufgreifen müssen, nämlich die Maßnahmen, die man im jeweiligen Bestandesalter treffen kann, ob man jetzt im Jungbuch ist, in der Dickungsphase, Stangenholz, diese klassischen forstlichen Thermalobien, schwaches mittleres Baumholz, starkes Baumholz sind unterschiedlich, aber wenn sie einen Sturm sturm sicher über 120, 140 kmh bei wirklich fast orkanartigen Stürmen wird nahezu jeder Baum geknickt, aber ansonsten kann man waldbaulich über das Höhendurchmesser Verhältnis extrem viel machen, wenn man hier in den jungen Entwicklungsphasen des Waldes die waldbaulichen Eingriffe verabsäumt, ich spreche gerne vom waldbaulichen Fenster, das sich einem auftut, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ist sozusagen das meiste schon verloren, wenn ich einmal diese sogenannten Fichtenstangen im Extremfall dort stehen habe, dann kann ich in späteren Entwicklungsphasen hier nicht mehr viel machen. Also für den Aufbau eines vitalen und stabilen auch gegen Stürme eines Bestandes sind die Pflege- und Eingriffsmaßnahmen, durch Forstungsmaßnahmen in den frühen Entwicklungsphasen eines Bestandes entscheidend. Über die Baumarten hatten wir schon gesprochen. Ein Punkt, der manchmal und oftmals vorgebracht wird und den ich oftmals auch draußen diskutiere, denken Sie auch daran, dass ein gut gestufter, buchtiger Waldrand aufgebaut aus Büschen, Sträuchern und dann schön langsam aufsteigend in den Bestand die Windgeschwindigkeiten abbremsen kann. Er hilft auch der Biodiversität in Beständen, wo sie labile Bäume drinnen haben, hat schon unser Alltag, Alter ist despektierlich, aber ein guter Freund von uns, Peter Weinfurter, empfohlen, dass man nicht mehr zu stark in die Bestände eingreift, weil dann die Labilität sich noch erhöht. Das sind so einige Gesichtspunkte, noch zum Thema Sturmsicherheit. Vielen Dank. Es ist jetzt 11 Uhr. Ich möchte eine letzte Frage noch stellen, weil die auch von mehreren Seiten schon gekommen ist und zwar geht es um die Baumart Tuia Plicata. Silvio, wir haben ja beim anderen Projekt NETGEN auch zwei Demoflächen zu dieser Baumart in Oberösterreich. Kannst du uns über die Klimafitness dieser Baumart etwas sagen? Ja, also ich habe das auch gesehen, es war ja gerade die Anfrage dann jetzt aus Vorarlberg und wir diskutieren das auch gerade mit, also gerade die nichtheimischen Baumarten auch gerade mit den Kollegen in Vorarlberg. Ich glaube, für Vorarlberg ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Baumart. Man muss aber berücksichtigen und wir haben auch ganz gute Erfahrungen in einigen Regionen Österreichs gemacht. Es gibt schöne Versuche, einen sehr schönen Versuch an der Donau in Oberösterreich im Donautal, wo das auch ganz gut funktioniert. wird. Wir müssen aber denken, die Thuja Plikata ist sozusagen eine Bauma, die trotzdem eher mehr Niederschlag braucht. Und ich würde sie nicht, ich würde sie für die Region im Gebirge sehen, vielleicht für die tieferen Lagen im Gebirge, wo auch in der Zukunft noch entsprechender Niederschlag da sein wird. Da könnte sie ganz gut passen. Ich würde sie aber nicht in den wirklichen Trockenregionen sehen. da würde ich im Moment eher davon abraten. Aber Vorarlberg ist sicher eine tolle Region für Thuja Plikata oder die Rothseeter, wie sie auch genannt wird. Eine sehr, sehr spannende Baumart. Wunderbar, vielen Dank. Gut, mit diesen Worten möchte ich das Webinar abschließen. Ich sage es nochmal, alle Antworten finden Sie dann auch auf YouTube. Also wir werden diese eineinhalb Stunden auf YouTube dann auch zur Verfügung stellen mit allen Links, die dazugehören und die Antworten, die jetzt nicht beantwortet sind, werden wir dann entweder direkt per Mail beantworten, weil wir haben von einigen von Ihnen ja auch die E-Mail-Adresse bekommen und wir werden alle Antworten, die nicht zu spezifisch sind, sondern ein bisschen weiter über ganz Österreich beantwortet werden können, dann auch auf unserem Fragen- und Antworten- -Kanal auf klimafitterwald.at veröffentlichen. Das dann so in zwei bis drei Wochen, das YouTube-Video wird es in den nächsten Tagen geben. Und falls Ihnen noch Fragen einfallen und Sie gerne noch etwas wissen möchten, dann können Sie mir auch eine E-Mail schreiben unter anna.walli.bfw.gv.at Diese E-Mail-Adresse wird dann eh noch eingeblendet, sowie auch die URL zu der Website Klimafitterwald.at. In diesem Sinne wünschen wir vom Bundesforschungszentrum für Wald Ihnen viel Spaß und viel Erfolg in Ihrem Wald. Wiederschauen! 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 Wiederschauen!